Sarah Lacker. Sarah, 1,74 Meter sind Sie geworden im Hochschirm. Genau die Höhe, die Sie sich vorgenommen haben. Von dem her, Punktlandung. Ja, genau. Es war gut. Es war nicht sehr gut, aber es hat gepasst. Der Dritte bei 1,77 Meter war ziemlich knapp. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber egal. Trotzdem gemerkt, die 1,77 Meter, die wären auch drinnen. Ja, die springen jetzt nächstes Mal. Jetzt geht es weiter mit dem Kugelstoßen. Was haben Sie sich vorgenommen? Ja, natürlich auch wieder so weit wie möglich zu stoßen. Und alles, was an die 14 Meter geht, ist super, würde ich sagen. Wie sieht es mit der Sicherheit im Moment aus beim Kugelstoßen? Eigentlich gut. Also ich habe schon einen Wettkampf gemacht das Jahr und da Bestleistung gestoßen. Also von dem her müssen Sie gut vorbereitet sein. Danke Sarah. Sie gehen schon zum Einstoßen.